Leute, ein Jubiläum gibt es zu feiern. Es sind schon sagenhafte 1000 Videos auf meinem Kanal, seitdem ich am 14.08.2018 mit genau diesem Video meinen Weg auf YouTube angefangen habe. Damals war es noch die Beta von Black Ops 4, mein allererstes Video. Gott, wenn ich da mal einschalte, es klingt total grauenhaft, total peinlich, total schlecht. Glücklicherweise hat mich mein Weg dann irgendwann in Richtung Apex Legends geführt. Hier nochmal ganz kurz ein Screenshot. Aktuell, ihr seht es unten rechts, 999 Videos, sobald dieses online geht. Also quasi jetzt, wo ihr das seht, sollte da 1000 Videos stehen. Ich bin ultra stolz, dass ich jetzt schon 4 Jahre und 4 Monate auf YouTube am Start bin. Wenn Apex Legends nicht wäre, sind wir ganz ehrlich, mit COD hätte ich es nicht geschafft, weil COD hat so viele verschiedene Streamer, YouTuber und so weiter. Da ist es echt nicht so einfach, sich dort durchzuboxen. Ich bin dankbar für jedes einzelne Video, was geklickt wurde, was angeguckt wurde, für jeden einzelnen Follower, für jeden einzelnen Zuschauer und ich hoffe, dass ihr weiterhin dabei seid. Klar, Apex Legends läuft schon lange, schon sehr viele Jahre leider nicht mehr so gut, wie es mal war, mit jetzt knapp 15.000 Abonnenten, die eine Menge, Menge Holz sind. Wenn Apex Legends in den letzten Jahren nicht so mega reingekackt hätte, muss man mal leider so sagen, dann würde ich wahrscheinlich noch viel weiter oben stehen. Das soll jetzt nicht undankbar klingen, auf keinen Fall. Aber alle anderen deutschen und auch internationalen YouTuber, die sich auf Apex spezialisiert haben, so wie ich hauptsächlich, die spüren das selber. Die Klickzahlen gehen deutlich zurück, wo manche wie Ford & Smash auf dem Video 100.000, 200.000 Klicks gemacht haben, sind sie froh, wenn sie jetzt 50.000, 60.000 haben. Und bei mir waren es in den Hochzeiten, wo Apex richtig geil war, 8.000, 9.000, 10.000 Aufrufe. Das ist schon sehr viel gewesen damals und jetzt bin ich froh, wenn ich 1.000, 2.000 pro Video mache. Das ist auch nichts, was undankbar ist, aber wenn man weiß, so innerlich, Mensch, es liegt irgendwo daran, dass Apex einfach so reinscheißt und Respawn und EA einfach nicht so auf die Community eingehen und das Spiel irgendwo so ein Stück weit im positiven, im positiven als Käse, im negativen Sinn fallen gelassen wird und einfach nicht das kommt, was sich die Community so sehr wünscht, dann ist es nur logisch, dass über kurz oder lang die ganzen Stammspieler verschwinden und natürlich auch keinen Bock mehr haben, entweder eines der internationalen oder meiner Videos zu gucken und demnach zufolge geht es dann auch steil bergab. Wie gesagt, alles nichts Unlangbares. Es ist leider einfach schade, wenn man weiß, dass der Publisher eigentlich so ein Stück weit mitverantwortlich dafür ist, dass es eben nicht mehr so gut läuft wie vor zwei Jahren vielleicht noch. Sei es drum, ich werde weiter durchziehen und ich hoffe, dass ihr natürlich weiterhin am Start bleibt. Was ich mir von euch wünschen würde, vielleicht schreibt ihr einfach mal in die Kommentare, was würdet ihr euch von mir in der Zukunft wünschen? Habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Wünsche anderer Natur von Apex Legends Videos? Ob es jetzt Reaction Videos mal wieder wären? Tipps und Tricks Videos, weil ich mich ja wirklich fast eigentlich auf die News Schiene spezialisiert habe. Ich hätte Bock auf einiges, gerade Tipps und Tricks, Videos beanspruchen natürlich mehr Zeit, mehr Recherchen und so weiter und sofort mit Frau, Familie, Haus und so weiter. Ist das alles doch ein bisschen schwieriger geworden? Jetzt wo mein Kleiner schon mehr als anderthalb Jahre alt ist, ist es in solchen Sachen, in solchen Videos, die wirklich viel Produktionszeit brauchen, natürlich ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich würde mir definitiv die Zeit nehmen und wenn es dann eben ein bisschen länger dauert mit so einem Video, hätte ich damit natürlich auch kein Problem. Ich wollte einfach nochmal in eure Richtung Danke sagen. Für jeden Einzelnen, der regelmäßig einschaltet und für jeden, der einschaltet und noch nicht abonniert hat, würde ich mich natürlich freuen. Abonniert meinen Kanal, drückt auf diesen verdammten Knopf. Ein Daumen für jedes Video ist immer wichtig für den Algorithmus, damit auch YouTube merkt, wir müssen die Videos weiter der deutschen Community noch mehr vorschlagen und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es läuft. Denke ich, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Ich bin gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr alle weiterhin am Start bleibt. Auch wenn ich völlig verstehe, wenn die meisten von euch sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Apex Legends. Das soweit von mir. Fettes, fettes Danke, dass ihr das möglich macht, jetzt mit fast 15.000 Abonnenten. Und ich hoffe, wie gesagt, dass er dabei bleibt, dass ich diesen Traum, diesen kleinen Traum weiterleben kann. Und wünsche euch noch ein paar schöne Tage im Jahr 2022. Und ich hoffe, dass es im Jahr 2023 weiter frisch mit Apex Legends und hoffentlich mehr Hype endlich weitergeht, damit es hier wieder ordentlich zur Sache geht. Das war es von mir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und rein. Ciao.